Hey Leute, willkommen bei Bestes Produkt. Heute schauen wir uns die besten Ablufttrickner Test an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit und mehr zu sortieren. Für weitere Infos über die aktuellen Preise der Produkte kannst du dir die Links in der Beschreibung unter dem Video ansehen. Also, legen wir los mit der Liste. Fünfter Produkt auf der Liste ist der AEG T65070AV Ablufttrickner. Der AEG T65070AV Ablufttrickner ist ein hochwertiges Gerät, das eine Reihe von Funktionen bietet, die Ihnen das Wäschewaschen erleichtern. Die weiße Farbe und das schlichte Design passen zu jeder Wohnungseinrichtung und das akustische Signal informiert Sie, wenn der Waschgang beendet ist. Spezialprogramme wie Kurzprogramme und Knitterschets machen es Ihnen leicht, Ihre Wäsche sauber zu bekommen, während die Startverzögerungsfunktion es Ihnen ermöglicht, eine für Sie optimale Zeit zu wählen. Mit einem Gewicht von 29,21 kg und einem Fassungsvermögen von 7 kg eignet sich dieser Trockner perfekt für alle, die Zeit und Energie sparen. Dieser Ablufttrickner verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Ihnen die Wäsche erleichtern werden. Die weiße Farbe und das schlichte Design passen zu jeder Wohnungseinrichtung und das akustische Signal informiert Sie, wenn der Waschgang abgeschlossen ist. Spezialprogramme wie Kurzprogramme und Knitterschets machen es Ihnen leicht, Ihre Wäsche sauber zu bekommen, während die Startverzögerungsfunktion es Ihnen ermöglicht, eine für Sie optimale Zeit zu wählen. Nächstes auf Platz 4 kommt der Klarsten Jet Set Wäschetrickner. Klarsten Jet Set Wäschetrickner, die perfekte Wahl für kleine bis mittlere Wäschemengen. Der Klarsten Jet Set ist ein freistehender oder untergebauter Kontenstrockner mit einem Fassungsvermögen von 3 kg und damit perfekt für Wohnungen, Gästezimmer oder Homeoffice. Der schwarze Trockner hat ein modernes Design und ist dank seiner Fronttür einfach zu bedienen. Mit einem Gewicht von nur 20,5 kg ist er zudem leicht und einfach zu transportieren. Der Klarsten Jet Set ist ein leistungsstarker Wäschetrickner, der kleine bis mittlere Wäschemengen bewältigen kann. Der Trockner hat ein Fassungsvermögen von 3 kg und ist damit perfekt für Wohnungen, Gästezimmer oder Homeoffice geeignet. Der schwarze Trockner hat ein modernes Design und ist dank seiner Fronttür leicht zu bedienen. Mit einem Gewicht von nur 20,5 kg ist er zudem leicht und einfach zu transportieren. Der Klarsten Jet Set ist ein freistehender oder untergebauter Kondensationstrockner, der mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet ist, die Ihnen das Leben erleichtern. Dritte Produkt auf der Liste ist der Boman WT-5019 Abluftrockner. Der Boman WT-5019 ist ein hochwertiger Abluftrockner für Ihr Zuhause. Je nach Ihrem Bedürfnis, finden Sie immer das richtige Programm. Es stehen Ihnen 8 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Mit diesem Gerät können Sie ca. 6 kg Wäsche trocknen und haben ein großes Trommelvolumen von 97,5 Litern. Darüber hinaus punktet das Gerät mit der Knitterschützfunktion, sowie einer automatischen Temperaturregelung und einer Kindersicherung. Der Wäschetrickner hat eine Energieeffizienz-Klasse A und und verbraucht nur 0,8 kWh pro kg Wäsche. Dieser Trockner ist eine gute Wahl für Ihr Zuhause und hilft Ihnen, Energiekosten zu sparen. Mit 8 Trockenprogrammen zur Auswahl wird dieser Trockner Ihren Ansprüchen gerecht. Außerdem verfügt er über eine Knitterschützfunktion und eine automatische Temperaturregelung, damit Ihre Wäsche immer gut aussieht. Und dank des großen Trommelvolumens von 97,5 Litern können Sie bis zu 6 kg Wäsche auf einmal trocknen. Zweiter Produkt auf unserer Liste ist der Telefunken T12-300W. Der freistehende Wärmepumpentrockner T12-300W von Telefunken ist das ideale Gerät zum Trocknen Ihrer Wäsche. Mit einem Fassungsvermögen von 7 kg, 15 Programmen und einem LED-Display hat dieser Toplader alles, was Sie brauchen, um Ihre Wäsche schön zu halten. Der T12-300W verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, darunter eine extra große Tür, die das Bi- und Entladen erleichtert, einen Knitterschütz, der Falten automatisch entfernt, und eine Trommelumkehrfunktion, mit der Sie ganz einfach zwischen zwei verschiedenen Programmen wechseln können. Außerdem sorgt der antibakterielle Schutz des Trockners dafür, dass Ihre Wäsche bakterienfrei bleibt. Der T12-300W ist ein umweltfreundliches Gerät, das beim Trocknen Ihrer Wäsche nur 630 Watt Strom verbraucht. Außerdem hat er einen Geräuschspegel von nur 65 dB, so dass Sie ihn verwenden können, ohne jemanden in Ihrer Wohnung zu stören. Mit einem Fassungsvermögen von 7 kg, 15 Programmen und einem LED-Display ist dieser Toplader hat alles, was Sie brauchen, damit Ihre Wäsche gut aussieht. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, der Miele T8703 Wäschetrückner. Wenn Sie Ihre Wäsche perfekt trocknen wollen, ist das Miele Perfekt-Dri-System genau das Richtige für Sie. Mit seiner präzisen Trocknungstechnik und vielen weiteren cleveren Funktionen garantiert es stets optimale Ergebnisse. Die einzigartige Kombination aus Perfekt-Dri-Technologie und Miele-Trommel sorgt dafür, dass die Wäsche bei jeder einzelnen Ladung exakt getrocknet wird. Die Pflege empfindlicher Textilien war noch nie dank der schonenden Trommelführung und der reduzierten Schleuderzett ist das Trocknen der Wäsche ganz einfach. Außerdem sorgt die automatische Beladungserkennung dafür, dass jedes Wäschestipp unabhängig von seiner Größe und seinem Gewicht die richtige Trockenzett erhält. Mit seinen zahlreichen Funktionen wird es jedes Mal optimale Ergebnisse liefern. Warum also warten? Holen Sie sich noch heute einen Miele Perfekt-Dri-System. Dank der schonenden Trommelführung und der reduzierten Schleuderzett ist das Trocknen der Wäsche ein Kinderspiel. Danke fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch den Daumen nach oben. Und wenn du neu auf unserem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.